Hedge bekommen zur nächsten Aufnahmenfolge Let's Play Together Minecraft DieWolf20 und was denn du da? Kämpfen. Aha, sah aus wie abhauen. Bäh, macht denn der da? Gut, das Ding läuft, hier habe ich jetzt mal. Oh, da ist gerade ein kleiner Dingsreich. Hier habe ich jetzt so eine Karte mal reingesetzt, dass die Kiste auch mal geschafft leer zu pumpen. Das schafft sie jetzt auch, richtig cool. Oh, ist das nervig mit dem. Und ich werde mich jetzt um die Diebstdeutschen jetzt mal kümmern, dass man da, sonst sind wir in seinem E-System gleich richtig voll. Das wird richtig lustig. Ja, Hachan Trash haben auch schnell gebaut. Das Ding ist einfach, wir brauchen Gold, sonst kann ich gar nichts mehr machen. Das ist natürlich schätzend hier, Gold. Der findet nichts, nichts. So, davon brauchen wir welche. Wir können ja den Gold-Busch legen, aber ich glaube, der Gold-Busch bringt da auch nicht viel mehr. Ich glaube, drei Stück machen wir mal. Warte mal, Kobbel, Erde, Sand. Wow. Achso, halt, ich brauche ja ganz viele Kisten davon, ne? 12 Kisten brauche ich. Was ist das denn jetzt hier? Ich glaube, komisch aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Keine Ahnung. Was war das? Das brauchte man. So ein bisschen Gold. Ich brauche eigentlich nur ein Gold-Dingspumpfen. Tin, Alter. Machen wir nur 17 Tin? Was ist das denn? Naja, krass. Genau, das war auch perfekt. So, das kann man auch direkt reinschmeißen. Oh, ich muss mich erst gleich wieder verwandeln. Ne, das wird nervig. So, dann können wir nämlich das Gold jetzt einfach mal um... Jetzt haben wir genug Gold-Nuggets. Jetzt kann ich weiterbauen. So, das Ding müssen wir auch noch zum Laufen bringen, aber erstmal machen wir jetzt die Deep Storage Unit, weil das ist unser System voll, das machen wir danach. So, jetzt können wir von den Dingern nicht mehr genug viel machen. 32 Stück, das reicht jetzt auf jeden Fall. Okay, das reicht. Ich brauche erstmal bloß zwei Deep Storage Units. Alter, jetzt fliegt doch, aber da habe ich mich noch nicht verwandelt. Gut, gut. Zwei Stück. Oh, jetzt haben wir von dem nix. Ich dreh hier durch. Da brauchen wir natürlich Gold. Oh. Nee. Oh, das schreibe ich aber noch groß hier. Verdammt. Die Maschine, die ist eindeutig zu langsam. Dann, nein. Doch. Das, Inva. Oh Gott, wir haben doch kein Inva so viel. Hoffentlich findet der mal ein bisschen Gold jetzt hier. Kann ja nicht sein, dass er kein Gold findet, ey. Inva, wie stellt der mal den Inva her? Kann man das nicht auch anders herstellen, irgendwie? Ferries und Eisen. Fer. Natürlich nicht. Ist ja klar. Iron. Das Eisen wird das klein mal unten. Ich muss bis das unbedingt automatisieren, dann mal bald. Aber erstmal mache ich jetzt das, dann mache ich mal das. Dann das, oh je. So viel zu tun und so wenig Zeit. Ja, da sagst du was. Wir haben auch kein Gold. Der findet nix. Mensch, Mensch, Mensch. Kann doch nicht sein. Was machst du jetzt? Oh. Wir brauchen davon auch eine Maschine. Wenn du jetzt hier die ganze Zeit... Ich meine, ich liege an Zeit, ich brauche jetzt noch kurz mal warten. Drei, vier, acht, zwölf. Das reicht sogar. Ja, sogar uns Steine hat er uns gebrannt. Oder brauchst du die Steine? Ja. Vorhin, ja doch vorhin brauchte ich die kurz für den Trash. So. Fertig. Toll, toll, toll. Das Eisen erstmal schnell durchhauen da. Dass wir jetzt das Eis kriegen. Was brauchst du denn hier für komische Dinge? Ja, das war falsch. Ich wollte eigentlich das mit Dingens machen, aber es hat nicht so geklappt gehabt, wie ich wollte. Oder besser gesagt, ich habe es verkackt. Scheiße, das war falsch. Das. Aber wir machen die Maschine nochmal aus, weil es geht nämlich langsam ganz schön leer. Hier unser Zeug. Und wir haben ja unser 25 Millionen Lager. Ich glaube mal, das reicht ein bisschen. Fused Quar. Nö. Ich will nicht. Harte, net, Lars. Naja, dann gehe ich doch wieder in die Hülle und farm ein bisschen. Das gibt es doch gar nicht. Der hat immer noch kein Gold gefunden. Hast du auch Gold in der Hand? Ich sehe es doch. Ja, vier Stück. Naja, du denkst, der findet da jetzt 50 Stück auf jeden Fall, oder was? Ja, klar. Ja, klar, genau. Da braucht auch ein bisschen Zeit. Das Ding ist schon schnell. Wotu brauchst du das Eisen? Äh, dass wir welches mal da haben, wenn man es braucht. Da ist ein bisschen was. Alter, ist ein Hüllenhund. Alter, aua. Halt die Fresse, du Töle. Alter. Springt der mich hier an, oder was? Geh nach Hause. Spinne. Oh, sag mal, neun Gold. Da können wir auch nicht viel von machen. Da können wir neun Stück von dem, glaube ich, machen. Oh, Mann, ey. Das reicht doch. Das reicht doch nicht für uns. Aber. Ja, mal. Von denen haben wir jetzt ein paar gehabt. Ein. Echt jetzt? Hau ab, du Hund. Okay, dann brauchen wir mal von denen. Je nach, Alter, der Hund nervt. Glowstone und Redstone. So, haben wir jetzt Gold? Ja, vier Stück wieder. Sehr schön. Toll. Kommt da auch noch Lava raus. Ich glaube, es hackt. Ja, bring Gold mit, wenn du Gold findest. Ja, in der Hölle werde ich sehr viel Gold finden. Oh, okay. Ja, klar. Bringst die Schweinehunde um. Ja, genau. Für zwei Goldnacken zu da ein. Ja, klar. Jo. Kannst du ja auch drüber machen. Ich brauche nur Quarz. Moment. So, ich möchte mich da noch Zeit rein. Wie lange haben wir denn? Es reicht nicht. Es sind gerade mal 16. Es sind vier Kisten. Na ja, ein bisschen brauchen wir noch. Halt die Klappe, du blöder Gas, wo auch immer du bist, der nervst. Oh, da ist Kobold. Das nehmen wir auch gleich noch mit. Ja. Wir müssen das Kabel hier verbinden mit unseren Maschinen. Für die ME-Maschine. Aber können wir ja eigentlich ganz fix. Wir haben noch hier... Äh, ja, du musst da aber noch die Import-Busse und sowas reinbauen. Achso. Deswegen geht das nicht ganz so fix. Bisschen brauchen wir schon mal gerade das raus. Das ist schon wieder so eine Höhlen-Töne. Es gibt es noch nicht. So, da können wir hauen und ich jetzt ein paar machen. So, ich brauche noch mehr Quau-Hauts. Da ist noch ein bisschen... Aber es sind schon wieder Hollenhunde. Äh, 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 äh. Hollenhunde? Ja. So, sechs Stück. Ah, ja, schaffen wir leider nicht. Oh, geklickt. Drei Stück. Klasse. Und dann schaffen wir die Maschine wahrscheinlich gar nicht. Doch. Ha, wir haben wieder eine Maschine. Total, da lang. Sehr schön. Wir haben wieder eine. Ja. Hier setze ich jetzt einfach hier oben drauf. Zack. Boah, guck mal, das verbindet sich. Oh, lass mich doch runter. Ja, ich weiß. Das wird ein Multi-Block. Alter, was ist denn hier los, ey? Ich raste aus. Ah, das ist cool. Boah. Die verbinden sich. Da kann man das hier hochbauen. Das sind 25, sind 100 Millionen. 175 Millionen. Aber so viel Energie, ey. Kann man gar nicht produzieren wahrscheinlich. Oh, doch. Das kann man sich ja wieder anmachen, unsere Maschine. Äh, mach erstmal wieder Folienhütte da. Ja. Oh, schau. Flow. Leider, ich raste aus mit dem Scheiß. Aber jetzt hat die sogar 50.000 Output. Da ist es besetzt, da ist es frei. Aber so viel können die Kabel ja gar nicht. Nein. Jetzt brennt dein Nether-Rack, Alter. Ah, dafür brauchen wir ja das Kabel, ne? Hast du gesagt? Wie hieß das? Oh, was weiß ich denn? Hier gibt Konduit ein. Und dann das grüne. Ender Energy Konduit. Das können wir doch machen, ey. Ja, jetzt inzwischen können wir es machen. Das ging vorher nicht. Ja, dann mache ich davon ein paar. Ja, mach. Also, ich kann ja wenigstens schon mal da zu dem Dings das hinsetzen. Zu den, äh... Na, sag schnell. Keine Ahnung. Ja, du weißt, was ich meine. Ah, wir haben kein Glas. Wir haben kein Glas. Ah, wir brauchen da, äh, Quarz für. Ah, okay. Nimmst jetzt nicht meinen Quarz. Warum nicht? Weil ich den gerade gefarmt habe. Den brauche ich selber. Ja, aber ich brauche nur ein bisschen davon. Zwei Stück. Äh, das sind acht Kabel, das reicht nicht. Ja, falsch. Ich nehme jetzt ein bisschen Quarz raus. Wir brauchen nicht viel. Da ist eh kein Quarz drin. Echt nicht? Nee, nee. Denkst du, warum ich in der Hülle gerade war? Ach, echt jetzt? Dann bin ich auch in der Hülle. Ja, oder? Ach, schau. Du sammelst Quarz. Was? Du sammelst Quarz. Na, ganz bestimmt nicht. Ich habe jetzt mein Zeug gerade zusammen. Vier Quarz pro Glas. Krogenfleisch bleibt was übrig, aber... Vielleicht schon noch nicht. Die... Ähm... Ja, ein bisschen scheint noch übrig zu sein. Okay. Ja, sieben Stück. Ja, das ist okay. Reicht doch. Ach, die Dinger, weiß ja. Ähm... Sagen wir so, was denn da... Wo haben wir denn? Ach, die Glas hier. Ach, da haben wir doch Glas. Ja. Kann ich ja direkt die Dinger bauen. Ja, toll. Jetzt jetzt... Ähm, du hast die falschen gebaut. Warum? Weil das Ender-Fluid war. Ach, Mann. Welche denn? Hier, das. Ja, Ender-Konduit. Ja, die. Ach so. Ich habe mir schon gedacht, sie braucht ein Glas, aber... Mann. Ich dachte, du weißt, was du tust, aber irgendwie nicht. Ähm... Mehr haben wir nicht, okay. Ja, klar, ey. Ist das zum Kotzen, ey? Das weg, das weg, das weg, so. Ähm, das hätten wir... Jetzt brauchen wir noch diese Dinger. Da brauchen wir... Richtig, alle brauchen wir Gold. Yeah, wir haben ja so viel Gold. Und ich brauche noch mehr Scheiße. Das ist mein Gold. Ich hätte bloß nicht das Gold, äh, die... Quarz gegeben. Jetzt brauche ich noch mehr Quarz. Toll. Aber ich dir es gegeben habe. Jetzt haben wir Ender-Fluid. Wenigstens. Toll. Brauchen wir ja unbedingt den Mist. Ja, du hast... Was habe ich? Du hast doch den falschen Scheiß gebaut. Nicht ich. Ich kann dafür nichts. Mann, Mann, Mann. Ja. Och, Mann. Ah, jetzt ist das ganze Quarz weg, ne? Ja. Oh, ist das kacke. Das muss ich da wieder in die Hölle, Alter. Ich war ja bis gerade 10 Minuten in der Hölle, Alter. Merz. So, und wieder hier rum daggern. Mann, nee. Wie viel Glas brauche ich denn dafür eigentlich? Vier Stück pro, also brauche ich 8, 16, 32 Quarz. Das sollte reichen. Nehmen wir wieder ein Stack mit, dann passt es auf jeden Fall. Oh, Mann. Dafür brauchte ich nämlich gar kein Glas für die Leitung. Ja, ja, ich habe mich echt schon irgendwo ein bisschen gewundert. Da dachte ich mir, du weißt schon, was du tust. Und da habe ich mich natürlich gehört. So, jetzt habe ich aber 8 Stück. Kann ich das einfach so jetzt kappen, ja? Die Leitung. Ja, einfach halt mit der Pick-X weghauen. Und die sind auch kompatibel mit den Dingern, ja? Nee, du musst die komplett austauschen. Echt jetzt? Ja. Ah, ja, warum sagst du das nicht direkt? Dann kann ich, dann muss ich ja eh Tausende machen. Ja, Tausende, nicht gleich, aber ein paar auf jeden Fall. Du musst halt alle Kabel austauschen, die wir haben. Irgendwohin. Die sind alle irgendwo versteckt. Ach, du heilige Bim-Bom. Das sind ja voll viele, ey. Ja. Da brauche ich ja voll viele von den Dingern her. Ja. Das ist gold. Das ist halt erstmal die alten, da hast du jetzt wieder hingemacht, nicht das jetzt? Ja, ja. Ich habe es da, guck. Alles hin. Gott. Dann brauchen wir Gold. Ey, der findet nichts, ne? Das ist ja... Und? Und wir haben von den Goldbüchen nur vier Stück. Und die stehen im Hellen, ne? Ich glaube, im Hellen wachsen die nicht. Die müssen, glaube ich, ins Dunkle. Meine ich zumindest. Alter, lass mich hier raus. Danke. Halt, ich muss runter. Ich glaube, ja, die müssen im Dunkeln stehen. Dann, dann, ähm, ich habe eine Idee. Ich baue jetzt die Farben für die ganzen, äh, für die ganzen Dinger hier. Äh, die baue ich hier runter. Hier. Da habe ich mir die Treppe, dann baue ich jetzt. Okay, da kommt nichts. So, dann habe ich die Frames, theoretisch. Ich hoffe, wir haben noch genug Diamant. Der hat eigentlich wenig gefunden. Ah. Zehn Klaas, das reicht schon. Oh nein, das war eins zu viel. Äh. Ach ja, ist das nervig. Ach, nee, das ist nervig. So. Und das ist der Chilorio Muster rein muss. Ja, Elektrum ist das. Silber, haben wir Silber? Ich hoffe, wir haben Silber. Ja, wir haben Silber. Sehr schön. So, dann schneiden wir Silberbrennen. Zack, da. Ach, das ist jetzt. Da, das und das. Geil, da kommen wir mal gleich zwei raus. Sehr geil. Da reicht das sogar. Wie groß muss das sein? Was? Unten der Raum sozusagen, für unsere Farben da. Keine Ahnung. 25 Büsche sollen halt pro rein. Also kannst du bei 30 mal 30 mal. Also, ja. 30er Durchmesser, so gesehen. 30 mal 30. Nee. Ja. Ja? Soll ich machen? Das war eine Spitzhacke irgendwo, ne? Äh, deine? Ach stimmt, ich hab zwei. Äh, das hier ist deine, ne? Äh, ja. Enderium Base. Ach, Shiny haben wir denn sowas. Bitte, bitte. Shiny? Ah, davon hattest du, glaub ich, dass du alles benutzt, oder? Sieben Orts. Das gehört eng, das sind 14 Dinger. Das könnte echt eben werden. Steht zum Ende Mini drin. Mein Gott, hier ist was los. Weiß aber nicht wie, äh. Ich hoffe mal, dass das reicht. Noch mal, wir brauchen. Ups. Okay, kommt direkt 4, das müsste reichen. Silverhammer, Tin, oh, Tin ist auch eng. Tin Hammer? Ja, aber ich glaube nicht mehr ganz so viel. Ach so. Alter, lass mich hoch. So, Silber. Und so hab ich da noch ein Stück, noch 5 Stück. Sollte, wir schnüssen, nehmen wir einfach mal mit. Dann, 10. Ach doch, das reicht. Nur noch eins nach unten, und dann machen wir den da rum 4 hoch, oder? Ähm, da kommt eh noch eine Reihe Büsche, und dann kommt da dieser Autodinger drauf, und dann kommt nix der Reihe Büsche. Scheiße, der wird eh weitaus höher. Oder tiefer, wie auch immer. So shiny das. Ja, wie hoch? Ach so, die Büsche. Wie hoch willst du die Büsche machen? Nein, das macht dann jetzt? Ah, ach so. Aber die Büsche kannst du eh noch eins hoch machen. Alter, hör auf jetzt hier. Kraft aus. Aber das wird ja eh automatisch, ne? Also, es ist ja egal, da kann man es ja anpassen, ne? Jetzt, alter! Ich mach's einfach. Ich mach dir einfach 4 hoch jetzt, und dann... Ja, das muss eh weitaus höher, wie gesagt. Vier reichen da bei weitem nicht. Ja, das reicht nicht. Dann geh ich lieber noch eins runter. Hä? Wo hab ich jetzt das Tin hingeschmissen, da? Wie viele denn? Ähm, wie viele Büsche gibt's denn? Äh. Dementsprechend muss das halt... Ja, wahrscheinlich von allen Ärzten, so fast. Naja, also wir haben auf jeden Fall Minimum 6, äh, ich glaub 6 Stück sowas. Die Dinger sind egal. Warte mal, Busch. Naja, gib einfach Busch ein. Busch. Wir haben ein Busch. Zwei, drei, vier... Vier Stück haben wir nur. Und Gold. Und Gold, genau. Also sechs Stück. Fünf, weil die können wir da irgendwo anders hinstellen. Die müssen nicht da unten rein. Okay. Also fünf Stück. Da musst du... Ja, mach 10. 10 tief sollte schon sein. 10, also 10 hoch, sozusagen. Ja, oder tief ist ja scheißegal. Warum denn? Dann willst du die übereinander stellen, oder? Ja, natürlich. Oder willst du dann übelst riesigen Raum, dann übelst breit? Okay, das kommt vom Gleichen her eigentlich, aber... Weil die kannst du eh nur nebeneinander stellen. Die kannst du ja gar nicht draufstellen, oder? Äh, natürlich. Übereinander stapeln. Wir stellen den da hin. Ja, du bist auf dem gleichen Block wie vorher. Das geht so nicht. Wir stellen die hin, dann kommen diese Autodinger drauf und dann kommen die nächsten Büsche drauf. Ach nee, das muss sogar noch höher, also... Ja, dann machen wir lieber in die Breite. Weil so hoch, ey. Er geht doch einfach nach unten. Ich wollte das eh nicht da unten reinbauen, eigentlich, aber... Ich wollte eigentlich einen kleinen Turm bauen für... Kann man ja für die Essenzen den Turm bauen. Ja, für eine Essenz. Einen Turm. Ja, ich geh in die Breite, weil... Kohlebau oder... Ne. Das machst du... Kannst du alleine ausfüllen dann, ey. Gibt's da vielleicht nicht eine Maschine? Äh, kannst du ne Query bauen, aber das dauert, glaub ich, länger, wie, wenn du das Ding jetzt machst. Dass du das jetzt so machst, äh, das wollte ich jetzt haben. 1, 2, 3, 4. Kohle und Sulphur. Und das kann man noch. Sulphur, Hammer, 9. Also so, denkst... Dann brauche ich Blaze Powder. Haben wir noch 4. Ups. Und was war das letzte? Dammit. Nein. Äh, doch. Äh, Redstone. Haben wir inzwischen 200 Redstone wieder. 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. So, 30. So, also... Ne, halt, das muss ja mal craftet werden. So, 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 so. So. Aber macht mal direkt mal die 8 einfach. So, jetzt, äh... Achso, Enderperlen brauche ich auch noch. Äh, für mich! Ich brauche unten gleich noch ein Mehlteil hin. Ja, ist ja nervig immer hoch und runde. 20. Alter, 200 Enderperlen, krass. 30 ich hatte acht in der pernischen einstieg noch mal so die enderion base muster 1 da braucht das lange alter braucht das lange koch schneller alter 4 stück vorne heftig zwei raus 200 perl sind acht stück hier raus habe ich gesagt weil ich jetzt weiß gar nicht wo der ist ich hoffe ich habe die nicht in der hölle aus versehen weggeschmissen jetzt nicht dass der weg ist ja ich rast aus nein die schippe ist kaputt jetzt muss ich mir die schippe reparieren was für eine schippe die spitzhacke damit sich nicht dass der hammer raus geflogen ist irgendwie es kann nicht sein guck doch meine system das gucke ich doch schon lange ich will keinen neuen bauen man kann sie mir direkt auch einbauen dann kannst du aber koboldfarben gehen wie macht man das noch mal mit der spitzhacke hier du hast auch verbessern irgendwie sowas lapis und so halt nur lapis kommt da rein redstone halt wenn noch schneller habe ich weiß nicht wie viel modifier deiner noch hat genau überhaupt noch geht nein das ist ja egal passt schon weg weg wo rein war das und dann halte mal rein und da wieder rüber und da ja gut Spaß 250 bei lapis brauchst du so viel dann hast du halt Glück ist das lapis aber so viel labis haben wir gar nicht ja was soll ich mich erst mal 450 lapis ich hatte doch das so jetzt habe ich da reingeschmissen ich bin ausgeschlagen bis was an lapis haben wir schon also auch da ja so die ps deutsch und zweimal ist sehr schön warum man die händen hier hin finde ich eigentlich so schick oder hier kann man die auch weiter ausbauen dass die mehr aushält nicht nur 210 sondern mehr wie 210 hält es war sehr toll die kennen und 210 blöcke abbauen war nicht was machst du gerade für eine pickaxe bitte die ja warum warum nicht weil das die schlechte ist ja dann machen wir eine neue du hast doch die kobold pickaxe ja die ist kaputt jetzt warum machst du nicht erstmal ganz ich hoffe damit das wetzen zu verschwenden dann sag mir wie das geht gehe an die ich muss gucken wo das ding ist ob das da ist heute das willst du raus ich glaube dann nimmst du hier das ding aus legst das da rein guckst ob kobold haben noch 7 ok drückst hier auf das ding da oben drauf dann läuft das da raus nimmst jetzt den bachen raus und wo ist das glaube auch an dem tisch zwar das den hier rechts glaubst zumindest war das so ich glaube ja ja und halt rechts raus ne wieder wieder ganz da kannst du jetzt das zeug draufhauen jetzt hab ich den scheiß an der hand da sagt er nix weißte wie sagt er nix und jetzt die spitze also jetzt wird die immer schneller dadurch mit dem redstone redstone ist ich bin schneller ja ich habe ich doch von guter creeper man hat es gehört ach ich bin so blöd ey gib mir mal ne spitzhacke oder kann ich es abbauen du kannst komischerweise ich verstehe es nicht warum ich nicht abbauen kann keine ahnung egal das war jetzt hier die deeps deutsch hä du brauchst doch drauf oder nicht an die du hast auf den stein drauf ja ne ist klar ich hab doch wieder falsch gesetzt malo hör auf zu lachen du hast bei mir auch gelacht du vogel also oder hab ich das auch jetzt das ist jetzt das scheiß ding nein ne es geht auch nicht so geh mir mal ich bin in den spitzhacke ja jetzt kommt hier hat geklappt zack creeper zack creeper den kann ich nicht erbauen so ist jetzt die frage ist das ding direkt verbunden damit oder koppel 12.000 koppel haben wir schon ne halt hier muss der mit import und auch scheiße ist das doch blöd das da hinzustellen warte mal gib erstmal die koppels raus ich koppel hin ich koppel wir sind erstmals wo raus das ist erstmal raus aus dem system ey das ist ja schlimm das ist ein bisschen nervig im moment ist das die spitzhacke die am besten ist oder das oder gibt es noch eine bessere äh kobold ist eigentlich die beste also muss ich jetzt nur noch schneller machen sozusagen naja und wie macht man die länge haltbar gar nicht glaube ich ich will nicht das lab ich will mir jetzt zwei 64er 6 einfach mal raus so die ganze folge lang schneller na toll schmeißt das jetzt raus so noch einmal noch 5.000 kreis 300 oh Gott ne nur noch 50 mehr so gleich haben wir es geschafft da sind die koppelstoren zumindest mal aus dem system raus und schon mal den scheiß units drin kannste da auch nicht so ein ding rein bauen damit es schnell darüber lädt äh ich machs grad manuell ich muss dann halt noch die puzzle bauen und so na klar naja ich hab 23 und das ist schon übelst schnell eigentlich so jetzt guck hier oh läuft aber jetzt hab ich echt meinen Hammer weggeschmissen ok ich hab da wieder fuck ey naja wir benden die Folge erstmal wieder ja wir überziehen das die ganze Zeit immer so ein bisschen ja ein bisschen nur immer so um die 10 Minuten ok dann brauche ich die nächste Folge weiter äh ich baue mir nächste Folge glaube ich einen neuen Hammer toll ok gut dann bis morgen tschüss tschau